Vier fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Blood Rain 2. Das nächste Mal waren wir in der Kanalisation und haben Pumpen ausgeschaltet und haben irgendein komisches Geräusch gehört. Wahrscheinlich geht es jetzt zum Boss. Sie haben auch immer wieder geblieben. Die Welt wird sicherlich wissen, dass Vampires real sind. Wie geht es jetzt hier? Wie geht es in Ihren Pett? Ein bisschen damp für mich, aber es ist nicht zu schwer, mit unseren Freunden zu halten. Sehr gut. Kannst du mir sagen, wo sie gehen? Nicht, aber sie sind ziemlich ernst, um dort zu kommen. Sie gehen nach links. Hm. Es gibt keine Industrie-Insträule. Ich werde ein paar Mal schauen. Ich werde mich wissen, wenn du etwas wissen. Und bitte nicht, dass ich da kommen. Na so, die Aurasicht hilft mir gerade. Könnte ich das schauen, bevor ich es geschafft habe, ich weiß es nicht. Was sagt mir, dass dieses Katwalk komplett stammt ist? Was weiß ich jetzt? Oh, die Schrauben flogen. Finden das war wertvoll. Definitiv kommt es in Hande. Ich komme nicht ganz hoch. Okay, so nicht. Macht doch auf, da oben rum zu kümmern, wie sonst weich ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja. 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 Hol ich mir die Brücken schon mal runter. Nein. Nein. Ja. 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 Ja, 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 ja. Du musst alles in deiner Kraft machen, um schneller zu gehen. Ja klar, renn da einfach rein. Ich will erstmal durch hier oben. Hör doch auf, die ganze Zeit da unten zu stehen und rumzuschießen. Als wäre es irgendwas besonderes. Naja, man müsste den nicht immer einreden, die wären irgendwas besonderes. Sonst glauben sie es am Ende auch noch. Hm. 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 Ich muss die Typen ausschalten. Das ist doch lächerlich. Hm. 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 Die ist gefährlich. So. Egal, jetzt habe ich es ja irgendwie geschafft. Also das wäre Bullshit. Hör doch schon auf. Ich dachte, man kann doch die Waffen irgendwie auf... ab. Mit F2 war es nicht mit 3, ok. Das ist dafür, dass du mich mit der Schaufel schlagen willst. Hör doch. Ich höre jemanden kommen. Hör doch die Higgs. Ich weiß wie es. Hör doch. Hör doch nicht. Ich höre nichts. Vielleicht war es Rats. Oh, ja? Rats in Silver Steel Stiletto Heels? Rats in Silver Steel Stiletto Heels. Oh, ja... Es ist noch ein T Ich weiß es noch nicht. Ach, da muss ich, das ist Doppelbeschichtung. Ja. Die doppelte Beschichtung, wer kennt es nicht. Bist du euch denn frei? Das ist doch Bullshit, springt nicht hier rüber, aber dann so eine Scheiße abziehen hier. Immerhin hat das ein Checkpoint. Nein, nein. Man, das ist so ungenau, dieses Ding. Ja, moin. Ja, ja, ja. Kann man das irgendwie überspringen? Ja, nicht wirklich. Geh doch ans Maschinengewehr, Mann. Geh doch, meine Herren. Geh doch mal. Geh doch. Geh doch in die Akses Tunnel. Er führt zu einer Wanda-Treatment Substanz. Und tschüss. Ich glaube, ich meine noch, was das für ein Ding ist. Ich bin ein Ding. five jesu i don't know how much closer i want to get to it something is shaking the walls like crazy no other way through Oh, eine Blutquelle. Ich habe immer noch keinen Plan, was die macht. Das sieht aber doch geil aus, wie sie so eine Blutdusche nimmt. Like Jesus. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Weg war oder nicht. Ich mache das mal als Ja. Gut. Es muss eine Abstandung durch die nächste Runde sein. Wenn sie in die Subway-Systeme verbrechen, können Sie durch das. Wenn nicht, können Sie herzlich willkommen zu einer ganzen Stadt verbrechen von jungen, jungen und jungen. Ich bin immer bereit für das. Oh. Das sind mal. Fast zwei Wochen habe ich das nicht aufgenommen. Hm. Da habt ihr es. Schwarz auf Weiß. Ah! Lord, King! Meine Liebe, hast du zurückgebracht? Hast du die Kinder gebracht? Er ist tot, Frau Frau. Nein, dein Blut schlägt von ihm, aber du bist nicht hier. Wo sind meine Kinder? Ich weiß nicht die Kinder. Wer bist du? Bruder Xerx hat sie. Sie hat sie, um sie zurückzunehmen. Sie hat sie zurückzunehmen. Ich habe keine Zerx. Ich habe sie zurückzunehmen. Ich habe sie zurückzunehmen. LIE! Du bist LIE! Ich kann es nicht schlafen. Sie hat sie zurückzunehmen. Sie hat sie zurückzunehmen. Sie ist eine Familie, oder? Ja, sie ist eine Kagan-Familie-Familie-Tree. Sie sieht aus der Baby-Machinie. Sie sieht aus der Brimstone-Familie aus der Slez ist Obscure. Aber sie ist eine Babylonien-Winged-Shakab. Sie wissen, was das bedeutet. Wings-Shakab? Ich weiß nicht das. Sie ist eine große Herausforderung. Sie ist eine große Herausforderung. Sie können nur die Zerstörung der Herz. Sie sind sehr, sehr schwer und schlussig. Sie ist etwas mehr von Kagan-Familie-Familie. Also, etwas mehr von Kagan-Familie-Familie-Familie? Ja, vielleicht. Schau mal. Verrösten, was du tun? Ich habe keine Goldphase. Ich habe keine Goldarten gelernt. Wie! Ich fängt ja schon mal Judo an. Ch-sch-schschmeiß mich hier gleich mit. Aber nach jemandem, der blind ist, hat sie einen riesigen Aum, vielleicht würde sie aufhören. Dämlicher Fotzer. Geht doch raus aus der scheiß Aurasicht. Dankeschön. Wo kommen denn die ganzen Attentäter her? Jesus, ich schmeiß die ganze Zeit irgendwelche komischen Typen auf mich. Okay, sie schmeißt selbst nur Typen auf mich und irgendwelche komischen grünen Bälle. Ach so, ja. Was ist man hier denn überhaupt nirgendwo mehr sicher? Steckt das Wasser noch weiter? Okay. 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 So weit kommt sie gar nicht. Da kommt schon die Fleischbeutel. Was hat mir denn jetzt so unglaublich viel Schaden zugefügt, warum ich gerade hier rumgeflogen bin? Na Mensch, kommst du mal! Steh auf! Steh doch auf! Das ist hochschweig! Hm. Ich muss da irgendwie hochkommen wahrscheinlich. Oder auch nicht, da gibt es nämlich keinen Weg. Scheiße. Ja, ich muss Blut saugen. Danke. Danke für die unnötige Erinnerung. Erinnerung. Danke. 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 Oh, nicht. Ah. Oh, Gott. Danke. 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 Ich weiß nicht, ob dieses Dicketing ist. Ich weiß nicht, dass ihr euch nicht Angst auf den Weg kommt. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Wieso? Ein bisschen Blut brauche ich wieder. Und schon wieder ist das weg. Nein. Ah. 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 Die Blut werden verletzt, aber sie sind mir verletzt. Damn, I'm a couple of quarts low. Eh? Oh, wow. Oh, wow. Excellent. See, that wasn't so tough for you, was it? You old rogue damp here, you. Now, do you see a way to get to the upper level? I have bowel in my hair. Rain, climb up to the upper level. Is there a tunnel? That's how they're getting to the subway. I think I need a minute alone. Ha! Sister, wait, it's me. I know who it is, Ephemera. I knew you were coming. Smelled your shadow stench a mile away. I came to tell you Slez has been killed. Ooh, excellent work, sister. I didn't kill her. I believe the killer is dampier. Really? Well, good riddance to any full blood that lets a dampier get the best of them. I assume you have matters in hand? Certainly. Nothing I can't handle. And of course, my findings have been duly reported. Course. How like you, sister. Nothing can be allowed to disrupt tomorrow's plans. Speaking of which, how go your responsibilities? Good as done. Ahead of schedule. Zerx is coming to conduct the final Shroud test tomorrow. Just a precaution. You've done excellent work here, Pharaoh. We'll run things well, you and I. After tomorrow's big show, I'm looking forward to our even bigger encore. That sounds like treason, sister. You and I take over the entire Kagan cult? Yes. It's going to be a marvelous surprise. I must go. I have a renegade dampier to deal with. Oh, ephemera? Remember, I'm the fastest and the strongest. Next time you try to sneak up on me, I'll fucking sting you! Understand? Most definitely, Pharaoh. Hey, that's a good trick. It is. Remember me? Sure I do. Ephemera. Remember me? I took something from you eight years ago. Hmm. Did you? Oh, my pet shadow of thee. Oh, you do remember. Snatched him just before you could turn him. And from right under your nose, too, wasn't it? Yes. And how is our Mr. Severin? He's a lucky man. I ensured that he dreams of me every night. So that's why he gave up sleeping. How's it going for you? Oh, infinitely well. I'm about to become a sort of a goddess. Something glorious is going to happen. Yes, brother. At once. I'm afraid I must take my leave, but why don't you come see for yourself? We can catch up on old times. Attend me. De Hester. Someday. Was that who I think it was? Oh, you heard that? Uh-huh, your former ball and chain, but we still haven't finished our heart-to-heart. Did you want to talk? I could have put her on. Oh, thank you, no. What was that she said at the end? An invitation. Hey, which train line runs the old chemical row? That's where they're moving all the kidnapped people. Uh, let's see. The blue line. So you care about the victims all of a sudden? Uh-uh. Sorry. But I've got a date to keep and I want to get there early. I want to get there early. I want to get there early.